5 Unglaubliche Ernährungsfakten Fakt Nummer 1 Vitamin C ist einer der wichtigsten Bausteine unserer Nahrung und elementar für den menschlichen Körper. Der tägliche Bedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen ist im Vergleich zu den meisten anderen Säugetieren sehr hoch, zu einigen anderen wiederum sehr niedrig. Fakt 2 Reis ist ein hervorragendes Nahrungsmittel, wenn man zum Beispiel mal über tausend von etwas essen will. Nicht dazu geeignet sind zum Beispiel Melone, Lasagne oder Rind. Fakt 3 Über die Hälfte aller Menschen leiden unter Essstörungen. Häufige Ursachen hierfür sind Telefonanrufe, Türklingeln und Harndrang. Fakt 4 Die Menge an Spurenelementen, die ein Mensch durchschnittlich im Laufe eines Lebens zu sich nimmt, ergibt zusammengenommen 8,5 Nanogramm oder einfacher gesagt 10 hoch minus 48 Joktogramm der Masse des Saarlands. Fakt 5 Die zunehmende Laktoseintoleranz in den westlichen Industrieländern entsteht durch Milchzucker-Chemtrails aus Nordkorea. Deine Kerlin Die zunehmende Laktoseintoleranz in den westlichen Industrieläen.